Was ist hier passiert? Was ist die Situation? Wir stehen vor dem Zoo. Wir stehen vor dem Zoo und es soll heute im Rahmen des Lichter-Festivals einen wunderschön beleuchteten Zoo mit beleuchteten Tieren geben. Wir haben aber jetzt herausgefunden, dass die einzige und Hauptattraktion dieser wundervoll grün beleuchtete Springbrunnen ist. Da alle Tiere und Tierschutz, sei Dank, sind wir heute soweit. Doch gerne nachts schlafen. Das heißt, wir hätten für 6 Euro... eine Runde um diesen wunderschönen Springbrunnen machen können. Das hätte 5 Minuten gedauert, also wir hätten über 1 Euro pro Minute bezahlt. Zum Glück hat ein junger Paar mit junger Familie... ...das Kind wird ziemlich sauer sein. ...dass es sich nicht lohnt. Und deshalb fahren wir wieder nach Hause. Wo können wir denn jetzt viele, viele Gebäude trotzdem noch sehen? Rund um Alex? Der Dom wird vielleicht schön sein. Ich meine, Lichter-Fest ist ja trotzdem. Ja, das stimmt. Ja, so. Wir wurden rechtzeitig gebarnt. Irgendwie ist ja nicht ganz schlimm. Nee. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte doch nur kreis. Ich bin ein bisschen Flas von عليه. Ich bin ein bisschenfried. Oh có ja. Ich bin ein bisschen mit Tirch-